So, Ziel des Kurses war es, sie für datenschutzrelevante Vorgänge im Geschäftsalltag zu sensibilisieren. Wir haben jetzt gelernt, dass mit der Datenschutzgrundverordnung ein umfangreiches Regelwerk EU-weit die Belange des Datenschutzes regelt und dabei auch einen sehr starken Fokus auf den Schutz der persönlichen Daten gelegt wird. Eine Verarbeitung von Daten, zum Beispiel durch ein Unternehmen, muss natürlich möglich sein. Denn wie soll ansonsten eine Beziehung zwischen einem Unternehmen und einem Kunden funktionieren? Aber die Datenschutzgrundverordnung gibt den Verantwortlichen der Datenverarbeitung jetzt eine ganze Reihe von Regeln auf, die Rechte der Betroffenen an ihren Daten abzusichern. Im Fokus stehen dabei Geschäftsleitungen, Vorstände, gegebenenfalls sogar auch der Datenschutzbeauftragte. Da diese Stellen verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften sind, haften bei Verstößen die Verantwortlichen nun sogar möglicherweise auch persönlich. Das heißt gegebenenfalls auch mit ihrem Privatvermögen. Sie müssen gegebenenfalls nachweisen, dass sie alles getan haben, um den Schutz der erhobenen Daten gesetzeskonform zu gewährleisten. Die Verantwortung darüber kann nicht auf einen einfachen Mitarbeiter übertragen werden. Es gibt jetzt in ihrem Arbeitsumfeld sicher Situationen, die wir hier nicht eins zu eins behandelt haben. Aber auf Basis der Ihnen nun bekannten Eckpfeiler des Datenschutzes kann auch eine noch bisher unbekannte datenschutzrelevante Situation von Ihnen sicher bewertet werden. Im Zweifel oder bei Unklarheiten zum Datenschutz und der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung zögern Sie nicht, sich an den oder an die Datenschutzbeauftragten zu wenden. Oder wenn es in Ihrem Unternehmen keinen gibt, sich an das Management bzw. die Geschäftsleitung zu wenden. Denn die ist letztendlich ja verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Grundverordnung.